Das ist Klaus. Klaus ist in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert, wie die meisten anderen Menschen in Deutschland auch. Da die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung allerdings sehr beschränkt sind und viele Leistungen gar nicht oder nur gegen eine Zuzahlung zu bekommen sind, interessiert sich Klaus für eine zusätzliche Absicherung. Aber welche Absicherungsmöglichkeiten gibt es überhaupt? Eine sehr bekannte Form der Krankenzusatzversicherung ist die Zahnzusatzversicherung. Da die Erstattungen für Zahnbehandlungen und Zahnersatz von den gesetzlichen Krankenkassen immer weiter gekürzt werden, bleibt Klaus als Kassenpatient meist auf sehr hohen Kosten sitzen. Eine einfache Zahnersatzmaßnahme, zum Beispiel eine Zahnbrücke, kostet heute bereits ca. 1500 Euro, von denen die Krankenkasse nur ca. 30% übernimmt. Sind aber größere Behandlungen, wie beispielsweise kieferorthopädische Maßnahmen oder hochwertiger Zahnersatz durch Implantate notwendig, so können schon mal mehrere tausend Euro Zuzahlung fällig werden. Mit einer Zahnzusatzversicherung kann Klaus diese Zuzahlungen fast vollständig auffangen und somit den finanziellen Notstand verhindern. Die zweite Form der Krankenzusatzversicherung, die wir genauer anschauen möchten, ist die stationäre Krankenzusatzversicherung. Als einfacher Kassenpatient kann Klaus nur mit einer sehr eingeschränkten Behandlung im Krankenhaus rechnen. Die mögliche Unterbringung in einem Mehrbettzimmer mit anderen kranken Personen ist dabei noch das kleinste Problem. Neben der Unterbringung im Ein- oder Zwei-Bettzimmer übernimmt eine stationäre Krankenzusatzversicherung die Kosten für die Behandlung durch einen Spezialisten, wie zum Beispiel den Chefarzt. So ist Klaus im Falle eines Falles immer in den besten Händen. Eine weitere zusätzliche Absicherungsmöglichkeit bietet die Krankentagegeldversicherung. Diese Form der Krankenzusatzversicherung ist ebenfalls sehr wichtig, da sie einen vorher fest vereinbarten Tagessatz für jeden Krankheitstag ab dem 42. Tag einer Krankheit bezahlt. Wenn Klaus beispielsweise erkrankt oder verunfallt und länger als 42 Tage nicht arbeiten kann, bekommt er ab dem 43. Tag seiner Krankheit kein Geld mehr von seinem Arbeitgeber, sondern nur noch von seiner Krankenkasse. Die Krankenkasse bezahlt Klaus allerdings nur noch circa 79 Prozent seines letzten Nettoeinkommens, sodass auf dem Konto von Klaus im Falle eines Falles eine erhebliche Lücke klafft. Wenn Klaus dann der Hauptverdiener ist, sein Auto noch abbezahlen muss oder die Bank jeden Monat die Darlehensrate für die Hausfinanzierung abbucht, kann das ganz schön eng werden. Die Krankentagegeldversicherung schließt diese Lücke und sichert die Existenz von Klaus im Krankheitsfall. Kommen wir nun zur letzten Form der Krankenzusatzversicherung, die Krankenzusatzversicherung für heilpraktische Behandlungen. Wenn Klaus beispielsweise mit seinen ständigen Rückenproblemen schon alle möglichen Ärzte aufgesucht hat und die Spritzen und Tabletten nicht mehr helfen, sind alternative Heilmethoden oft die letzte Rettung. Diese werden von den gesetzlichen Krankenkassen allerdings in den meisten Fällen nur eingeschränkt oder gar nicht erstattet. Wenn Klaus dennoch nicht auf eine hochwertige alternative medizinische Versorgung ohne Kostenrisiko verzichten möchte, ist die Krankenzusatzversicherung für heilpraktische Behandlungen genau die richtige Lösung. Klaus hat nun verstanden. Eine Krankenzusatzversicherung ist deshalb sinnvoll, weil diese Klaus vor kommenden Gesundheitsreformen schützt, ihn vor dem finanziellen Ruin bewahrt und ihm immer hervorragende Behandlungsmöglichkeiten bietet. Welche Produkte und welche Tarifkombinationen für Sie in Frage kommen und auf was Sie sonst noch achten sollten, analysieren wir gerne in einem persönlichen Gespräch.